ja was war das für eine krasse etappe beim letzten mal und damit herzlich willkommen zum Giro d'Italia auf Sleven Stream Sport im neuen PCM24 rausgekommen Anfang Juni ja Ben O'Connor ist durch eine hervorragende Leistung auf dieser 16. Etappe auf Platz 3 in GC vorgesprungen und wir kämpfen jetzt gegen Luzenko, Martinez und vielleicht auch noch Bardet und Tiberi um Platz 3 und das ist schon eine hervorragende Sache für uns ebenfalls richtig geil ist, dass wir mit Valentin Parapatra im Bergtrikot sind haben jetzt auch da schon einen ordentlichen Vorsprung sicher ist das Ganze aber noch nicht heute geht es nämlich direkt weiter in den Bergen zum Passo del Brocon ich hoffe mal O'Connor und Valentin Parapatra haben einen guten Tag es geht direkt zur Sache hier, denn die erste Bergwertung Passo Sella ist nicht weit weg es gibt 18 Punkte zu gewinnen und wir sind da natürlich mit Parapatra mit dabei Tuzze hat ihm kurz ein bisschen geholfen, aber ihr seht es der hat keine gute Tagesform, der konnte nur ganz kurz den Antritt mitgehen und ihn beschützen zu Beginn des Ausreisversuchs jetzt ist der wilde Ritt für ihn aber schon vorbei ups, jetzt holt er Wasser, das wollten wir natürlich nicht das soll sich hier einfach mal ein bisschen ausruhen so und jetzt müssen wir nach vorne, 3,6 Kilometer noch ich weiß nicht, ob ich die Lücke noch schließen kann weil die da vorne natürlich jetzt schon echt einen kleinen Vorsprung haben das ist glaube ich Pelizzari, ja und Quintana, Piganzoli, Wutz richtig gefährliche Gruppe, vor allem Wutz in Sachen Bergtrikot ist echt gefährlich ich hoffe, dass ich da nochmal rankomme aber die Lücke werde ich wahrscheinlich nicht schließen, wenn die nicht langsamer werden Pelizzari bricht jetzt ein bisschen ein ich hoffe mal, dass das reicht, um da jetzt wieder ranzufahren aber Wutz sieht noch gut aus von der Körpersprache her, auch Quintana ja, aber ich, oh, jetzt sieht Wutz auch nicht mehr gut aus aber ich komme da nicht mehr ran, oder? es ist ja gleich da, die Wertung die Wertung ist gleich da, da werde ich nicht mehr vorbeikommen das wird nicht mehr möglich sein für mich jetzt schauen wir mal, ob ich wenigstens hier die Punkte dann hole wenigstens hier bin ich ganz vorne platziert also, Vorsprung auf Wutz ist ein bisschen gesunken aber es sind immer noch, wie viel, 5 und 50 Punkte okay, das kann sich doch sehen lassen im Feld ist auch alles in Ordnung da ist natürlich noch nichts passiert, außer dass vielleicht einer abgehängt wurde das ist Grimot wie gesagt, Quikstab ja nicht mit den echten Namen unterwegs also nicht wundern, alle anderen Teams haben die Originalnamen aber ich kann euch nur empfehlen, die WorldDB zu abonnieren im Steam Workshop da habt ihr nicht nur die echten Namen, sondern auch viele, viele Teams mehr viele, viele Fahrer, viele Rennen bessere Grafiken und 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 also die WorldDB ist wirklich nur zu empfehlen das ist ja auch so, dass wir in unserem XXL Multiplayer die WorldDB als Basis nehmen also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Database so, hinten haben wir jetzt eine Vierergruppe, die uns verfolgt die kommen aber nicht so ganz ran aber die Gruppe ist saustark die Gruppe ist saustark, jetzt gibt es Attacken aber Wutz ist hier hinten bei uns, das ist okay jetzt geht Wutz glaube ich, ne noch nicht jetzt schaue ich mal, ob ich auch gehen kann ne, mich lassen sie natürlich nicht weg aber solange Wutz nicht nach vorne fährt, ist mir das relativ wurscht weil die anderen können ja wegen mir die Punkte holen ich fahre jetzt hier gemütlich mit 62 jetzt fährt Wutz nach vorne, der merkt natürlich, dass er unter Zugzwang ist er muss ja aufholen und nicht ich also ich habe kein Problem damit, wenn die da vorne uns die Punkte wegnehmen im Gegenteil, das kommt mir sogar sehr gelegen da ist auch keiner so richtig gefährlich im Kampf ums Bergtrikot Pelizzari ist 10. mit 41 Punkten also das ist dann schon ordentlicher Abstand so, jetzt erhöhe ich mal das Tempo ein bisschen schauen wir mal, ob wir uns gleich gegen Wutz durchsetzen können hier im Sprint aber es geht ja jetzt nur noch um Platz 5 1, 2, 3, 4, 5, das heißt um 6 Punkte also das ist lächerlich und das kommt uns echt sehr gelegen, dass die da vorne sich abgesetzt haben so und jetzt kommt es zum Sprint wir haben das Ganze jetzt verschlafen kommt davon, wenn man mit einer höheren Geschwindigkeit spielt aber Parapetra tut sich heute auch ein bisschen schwer liegt wahrscheinlich auch am grünen Balken der hat ja schon sehr viel investiert die letzte Zeit so, jetzt könnte es aber sein, dass wieder alles zusammen läuft ich muss da aber jetzt nach vorne kommen, das ist klar also das geht jetzt nicht, dass ich hier in E2 bin und Wutz ist vorne so, aber jetzt haben wir gleich den Anschluss wieder hergestellt so, und wir beteiligen uns da vorne nicht an der Führungsarbeit zumindest so lange nicht, wie die Gruppe läuft sollte da dann jemand signalisieren er möchte nicht mehr mitfahren, weil ich nicht mitfahre dann arbeite ich natürlich mit aber Wutz ist mir zu gefährlich, als dass ich da jetzt mitfahre also ich hätte nichts dagegen, wenn das Feld uns wieder einholt ehrlich gesagt, weil der Wutz ist saugefährlich der kann am Ende natürlich hier nochmal 40 Punkte absahnen und das wäre für Parapetra in Sachen Bergtrikot nicht so schön wir können mal nochmal einen Blick gleich, jetzt habe ich es schon wieder verpasst ja, bin ich denn dämlich ich habe tatsächlich diese Dreierbergwertung einfach komplett übersehen ich dachte, die Zweier ist die nächste und da haben wir ja noch Zeit aber ist ja wurscht, dass ich die verpasst habe, da geht es nicht um viele Punkte aber dumm, dass ich jetzt die Lücke natürlich wieder schließen muss also ich wollte sagen, wir können uns ja die Wertung mal anschauen sehr unkonzentriert heute, was der Manager hier von Architeuse erzeigt das geht so natürlich nicht also wir hatten 59 Vorsprung jetzt ist es dann gesunken also ich glaube, wir haben jetzt locker noch 45 oder so Vorsprung sollte also kein Problem sein, erstmal das Trikot zu verteidigen so, jetzt ist hier Uneinigkeit aber die Gruppe läuft noch ein bisschen also einer ist hinter uns, wer ist das denn? Walter, der ist abgehängt worden okay, das überrascht mich, der hat vorher einen sehr guten Eindruck gemacht also wir haben 77 Berg, was hat denn Wutz eigentlich? 75, eigentlich müssten wir den abhängen können wenn wir den Berg jetzt relativ gleichmäßig mit ordentlichem Einsatz hochfahren, oder? sagen wir mal 77 aber die fahren ja sogar schneller teilweise, okay also das dürfte eigentlich eher zu unseren Gunsten ausgehen der Berg ist relativ lang oh, zurückgefallen, Pogacar ja, aber er ist schon wieder im Feld, oder? oh, da hat sich jetzt aber hier was ergeben es hat sich Gruppe E3 gebildet, lustigerweise mit Tuzze aber auch mit Martinez, Bardet, Tiberi, Thomas dahinter ist dann die Mannschaft von Pogacar mit Pogacar selbst und da sind auch wir drin schade, dass wir da den Zug nach vorne verpasst haben aber Tuzze ist dabei Hauptsache Tuzze ist vorne dabei was der da vorne macht, weiß ich auch nicht aber die Lücke wird UAI wahrscheinlich wieder schließen also ich mache mir da jetzt erstmal keine Sorgen aber das heißt, das Tempo wird jetzt hier natürlich ordentlich sein interessante Konstellation jetzt und ganz vorne werden wir jetzt abgehängt weil die noch schneller fahren als die 77 das ist ja unfassbar das kann ich nicht viel schneller also da muss ich sagen Hut ab, wenn die anderen das können ich komme da nicht mehr mit so und jetzt wird es ganz ganz interessant Pogacar könnte halt mit dem Antritt da super schnell wieder nach vorne springen die Frage ist, ob wir das auch können Ocona hat eigentlich einen guten Tag eigentlich sollte heute nicht der Tag sein wo wir Zeit verlieren im Gegenteil ich lasse das natürlich UAI jetzt machen also ich werde mich da jetzt nicht einmischen die da vorne verausgaben sich natürlich auch mit ihren Helfern jetzt aber das ist natürlich die Chance für Thomas und Co hier das Podium klar zu machen und vielleicht sogar noch sich durchzusetzen gegenüber Pogacar wer weiß also ganz ganz heikle Situation jetzt für Pogacar der hat aber natürlich einen riesen Vorsprung also für ihn ist es eigentlich fast wurscht am schlimmsten ist es eigentlich für uns tatsächlich muss man ehrlich sagen denn wir leiden natürlich darunter wenn wir da nicht mehr rankommen an die Gruppe E4 das ist jetzt schon eine Minute oder so dann können wir nach vorne schauen UAI wird bald kaputt sein dann geht Pogacar alleine und wir können da natürlich nicht mitfahren hier ist die Gruppe die geben jetzt natürlich alles die haben die riesen Chance das Podium jetzt zu erklimmen und mich davon runter zu stupsen vorne ist es uns jetzt eigentlich fast wurscht was passiert Valentin Parapatre der gibt jetzt einfach alles der wird hier nichts mithalten können im Kampf um um die Punkte aber die Frage ist jetzt natürlich was passiert was passiert mit mit O'Connor schaffen wir es also wir geben jetzt hier Gas wir unterstützen jetzt Pogacar natürlich der hat keine Helfer mehr wir müssen da vorne rankommen drei Kilometer noch bis zum Gipfel wir haben noch Bourdain dabei der ist aber der ist aber jetzt hier okay der muss sich jetzt eigentlich gleich um O'Connor kümmern O'Connor fährt fast ein bisschen zu schnell ich bin gerade ein bisschen hektisch jetzt geht Pogacar ich wusste dass das passiert da vorne ist die Gruppe da müssen wir hin und Pogacar schafft das mit einem Satz und wir sind jetzt auch dran oh Gott sei Dank da haben wir uns gerade noch gerettet Pogacar hat sich vorgekämpft ist Mause tot die Frage ist ob Bourdain auch noch rankommt das wäre natürlich geil und das schafft er glaube ich noch vor der Gruppe weil dann haben wir nämlich noch mal einen der sich um O'Connor kümmern kann und Parapadre der fährt jetzt ganz gemütlich weil der kann auch noch sich nachher um O'Connor und Bourdain kümmern das ist jetzt eine Relaisstation der soll sich jetzt richtig schön erholen bis wir da sind der hat 5 Minuten Zeit sich zu erholen so und Bourdain kümmert sich jetzt um O'Connor das ist super hier ist die Gruppe 9 Mann sind es am Ende hat sich da sogar einer verausgabt die können sich jetzt alle mal hier ausruhen das ist ja eine Hektik diese Etappe unfassbar am Ende hat sich da vielleicht sogar irgendeiner verausgabt ich drücke jetzt mal Pause Chavez ist uninteressant aber dann die Abstände riesengroß also wenn da hinten jetzt einer ist hier zum Beispiel einer Rubio Gesamtachter ist da hinten der wird heute unfassbar viel Zeit verloren und Alexander Luzenko der Gesamtvierte ist hinten der ist weg vom Fenster genauso wie Rubio die werden sich nicht mehr erholen die kommen da vorne nicht mehr ran und das ist natürlich richtig gut mit Luzenko verlieren wir dann einen Konkurrenten endgültig das ist richtig gut für uns also es sah kurzer Zeit so aus als wäre es für uns die schlimmste Etappe jetzt mittlerweile sieht es gut aus weil wir Luzenko loswerden und auch Rubio also ich glaube nicht dass der nochmal rankommt oder bummeln wir da jetzt ich glaube nicht nee da wird keine Chance wir haben da nochmal ranzukommen ist viel zu groß der Abstand wir holen uns jetzt bergab und dann geht es nochmal hoch vorne geht es um den Tagessieg da spielen wir keine Rolle wir fahren jetzt voll und ganz für O'Connor und Parapetra wie gesagt der ruht sich da jetzt aus um gleich voll da zu sein für uns stellen Einsatz jetzt mal auf 50 dass er so ein bisschen es wäre gut wenn er ein bisschen später dann da wäre nicht jetzt sofort deswegen ist es ganz gut dass der noch Vorsprung hat so jetzt geht es gleich rein in die letzten 10 Kilometer was für ein Rennen was für ein Chiro also das muss ich schon sagen das macht unglaublich viel Spaß hier im neuen BCM es wirkt alles ein bisschen feiner ein bisschen detaillierter was die Abstände angeht und man muss wirklich aufmerksam sein in jeder Sekunde weil es kann jederzeit passieren das was passiert und das haben wir jetzt auch eben hier wieder eindrucksvoll gesehen und wir haben zum Glück noch die Kurve bekommen auch tankt Pogacar und seiner Mannschaft natürlich so jetzt müssten wir dann irgendwann aber gleich mal nach vorne kommen zu Parapetra aber schau dir das mal an wie schnell die fahren das ist ja unfassbar so da vorne ist Parapetra vorne geht es um den Tagessieg das können wir uns auch mal anschauen das wird interessant Pelizzare gegen Quintana Alt gegen Jung und vor allem ist das auch in Sachen Bergtrikot natürlich vielleicht noch von Bedeutung so gleiches Parapetra da der muss auch gleich die Geschwindigkeit aufnehmen und der kümmert sich jetzt um O'Connor dann kann nämlich Baudin noch mal ein bisschen durchatmen sehr gut sehr gute Relaisstation hier 7 km vom Ziel da kann hier noch mal was bewegen und vergessen wir nicht dass hier einige unter anderem Thomas auch gearbeitet haben es kann also sein hinten haben sich jetzt Rubio und Luzenko verbundet kann also sein dass die gleich noch ein bisschen einbrechen werden die letzten Kilometer und uns passiert das hoffentlich nicht aber wir erhöhen jetzt das Tempo das ist klar und hier haben wir es schon hier fliegen jetzt einige raus Martin ist noch mit dabei Dann war noch mit dabei aber Badeh, Walter, Herrmann die fliegen raus Badeh ist interessant als Gesamtsechster Wahnsinnsrennen ein Wahnsinnsrennen uns interessiert natürlich jetzt weniger wer vorne die Etappe gewinnt uns interessiert natürlich mehr was hier mit O'Connor passiert und die Frage ist können wir vielleicht sogar Thomas abhängen oder Pogacar der ist müde Pogacar hängen wir ab das ist ja nicht zu fassen Pogacar bricht ein weil er natürlich viel machen musste um die Gruppe wieder einzuholen aber was ist mit Thomas der ist immer noch fit ich meine Thomas hat einen großen Rückstand der wird unter dem Strich dann natürlich keine Chance haben das dann richtig auszunutzen aber es ist trotzdem vielleicht nochmal spannend hier beim Chiro das muss man sagen so wir schalten den Einsatz jetzt hoch Tiberi hat sich auch erholt Martin es wird Zeit verlieren und das ist also wenn wir jetzt an Tiberi und Thomas dranbleiben ist das fast eine Vorentscheidung Richtung Podium für uns die zwei sind noch stärker als wir tatsächlich oder ne Tiberi bricht noch ein den kriegen wir noch und vielleicht kriegen wir auch Thomas noch vielleicht kriegen wir sogar Thomas noch sind noch 700 Meter ja wird knapp Thomas wird ein bisschen ne den kriegen wir auch noch guck dir das an also wir sind tatsächlich Pelizzari gewinnt vor Quintana wieder der stärkste aus dem Hauptfeld heraus mit O'Connor oder auch nicht Thomas sprintet nochmal vorbei wird dritt da holt sich die Bonussekunden O'Connor dahinter und hier Tiberi guck dir mal an wie viel Tiberi noch verloren hat unfassbar und wo kommt Pogacar ne das kann ja nicht sein dass der immer noch nicht wo ist Pogacar ist der noch weiter hinten das kann eigentlich nicht sein doch hier ist er oh der der frisst richtig Zeit ich meine es reicht für ihn locker um Rosa zu verteidigen aber der frisst richtig Zeit ja und die großen Verlierer sind Rubio und Luzenko wo sind die eigentlich die kommen auch noch die verlieren ja unfassbar viel Zeit hier haben wir sie hier ist Luzenko und Rubio ist sogar hier noch weiter hinten unglaublich was für eine Etappe das war glaube ich die Königsetappe bis jetzt muss ich sagen wir festigen also unseren dritten Platz nach dieser Königsetappe neuer Gesamtvierter ist jetzt Martinez der hat jetzt aber schon zweieinhalb Minuten Rückstand auf uns also ich glaube ehrlich gesagt wir lassen uns dann nicht mehr vom Podium schubsen die großen Verlierer wie gesagt Luzenko und Rubio Baudin ist mittlerweile sogar Gesamtneunter also wir schaffen es vielleicht wirklich ihn auch noch in die Top Ten zu bringen im Bergklassement ist es jetzt richtig spannend geworden denn Pelizzari ist plötzlich der große Konkurrent nach seinem Etappensieg hier bei der Bergankunft der hat jetzt nur noch zwölf Punkte Rückstand und das ist genau das wovor wir Angst hatten nämlich einen Gegner der wirklich am Berg brutal stark ist ob wir das blaue Trikot mit nach Hause nehmen dürfen am Ende in Rom das sehen wir in den nächsten Ausgaben ich hoffe ihr schaltet wieder ein und bleibt mit dabei auf Sleven Streamsport Sleven Streamsport wo Gamer sich versammeln vor dem Rechner gammeln Sleven Streamsport lasst uns feiern lasst uns zocken gemeinsam durch die Sportwelt rocken in Leidenschaft vereint das nächste wie ihr erscheint Sleven Streamsport Sleven Streamsport Sleven Streamsport Sleven Streamsport